kümmerliche vorstellung einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück bei dirty swamp so wir müssen eigentlich zum lager aber ich glaube ich werde hier noch ein bisschen durch den sumpf warten scott lebt auch noch ja so ein pfeil warum sah das jetzt so aus das war doch das war doch ich habe ja gerade so ein blutdings geschossen ist da doch nie so aus ich hoffe ich immer verfehle scott ist schon wieder fast tot so ich brauche mal ein bisschen adalus ein bisschen heilung muss auch sagen hier ist gerade scott nicht ganz so nützlich also ohne ihn wäre ich eigentlich in dem fall sogar besser dran scott du bist ein bisschen zu schwach für die sumpfeier sorry scott ich mag dich aber gerade bist du mir keine große hilfe ok dann werde ich auch mal diesen ring hier ändern den mal weg hier den mal rein da habe ich ein bisschen mehr mana das ist dann doch schön so lobe ich mir das doch ich brauche ja noch ein mana punkt mehr dann habe ich auch wieder eine höhere zauberstufe keine ahnung warum der manchmal verfehlt schon etwas nervig ich wollte ja bei meinem guten kumpel mord vorbeischauen jetzt hat er ja noch was schönes für mich mord was kannst du mir anbieten hm eigentlich kann er mir nichts anbieten schade belia hat auch nichts neues für mich nö erst mal nicht nicht ach irgendwie Easy peasy. So, wer tummelt sich dann hier? Oh, ein Drachen-Snapper. Ich glaube, der könnte gefährlich sein. Ja, aber nicht so gefährlich, wie ich dachte. Ja, aber nicht so gefährlich. So, hier weiter hoch gehe ich jetzt erstmal nicht. Gehen wir wieder zurück Richtung Lager. Kleine Verjugungskur wäre auch nicht schlecht. Aber das läuft doch. Ich muss mir einen Bogen besorgen, ne? Für den Schattenläufer. Den ich zähmen soll. Frage ist auch, wo ist überhaupt ein Schattenläufer? Ist hier vielleicht wieder einer drin? Das ist ein Schattenläufer. Kann ich eigentlich zu Ihnen aus noch beten, obwohl ich mich jetzt bei Belia verschrieben habe? Kann ich nicht. Guck mal, wer da ist. Da ist aber noch ein Sumpfer, den muss ich auch noch schnappen. Unser Freund Kyle hat auch eine neue Rüstung. Halt, warte mal. Kyle, schön dich zu sehen. Bist du bescheuert, hier einfach so herumzulaufen? Was soll das? Wieso? Was ist denn? Du wurdest verbannt. Ray hat uns Gardisten aufgetragen, dich umzubringen, sobald wir dich sehen. Er will mich tot sehen? Ja, ich verstehe das nicht. Bitte hilf mir, das zu verstehen. Was hast du angestellt, dass Ray so einen Hass gegen dich hegt? Das ist ein wenig kompliziert. Das ist egal. Versuch es wenigstens. Na gut. Lass mich kurz meine Gedanken sammeln. Jiran glaubt, dass Ray sich mit Schwarzmagiern verbündet hat. Mit Schwarzmagiern? Was für Schwarzmagier? Die sind hinter so einem Amulett her. So genau verstehe ich das auch noch nicht. Dieses Amulett soll auf jeden Fall eine Menge Macht besitzen. Wie kommt Jiran darauf? Das will ich nicht glauben. Die Zeichen sprechen eindeutig dafür. Also, sag Jiran. Was glaubst du, wieso Ray niemanden in den Tempel lässt? Oder wieso er nicht nach seinem Gardisten Brad gesucht hat? Brad? Ray hat uns erzählt, dass er abgehauen ist. Ich habe eine Tagebuchseite von Brad gefunden, die etwas anderes erzählt. Ray soll uns belogen haben? Das wird ja immer schöner. Hör zu. Wenn das wirklich stimmt, dann stecken wir alle in großer Gefahr. Was hat Ray nur vor? Das weiß ich auch noch nicht. Aber bestimmt nichts Gutes. Und was habt ihr jetzt vor? Erst mal dafür sorgen, dass die Schwarzmagier dieses Amulett nicht in ihre Finger bekommen. Schätze ich. Wenn es irgendetwas gibt, das ich für dich tun kann, dann lass es mich wissen. Ich werde dafür sorgen, dass die Nachtschicht von Rocco übernommen wird. Soweit ich weiß, steht er auch nicht hinter Rays Entscheidung, dich rausgeworfen zu haben. Danke. Du hast was gut bei mir. Aber lass dich nicht von den anderen Gardisten erwischen. Hörst du? Ich gebe mein Bestes. Hm, okay. Ja, schön, dass wir noch Freunde hier im Lager haben. Hey, Duloc. Ray, was macht die Jagd? Danke der Nachfrage. Die läuft in der Tat ganz gut. Wobei seit kurzem ziemlich komische Biester ihr Unwesen treiben. Aber sag mal, ich habe gehört, dass Ray dich rausgeworfen hat. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Er wird schon seine Gründe haben, aber... Na toll. Jetzt darf ich wieder alleine jagen gehen. Aldo ist immer noch nicht ganz fit, obwohl die Medizin schon seine Wirkung zeigt. Also, wir sehen uns. Und tut mir leid, dass du nicht mehr dabei bist. Ach, schon gut. Er wird seine Gründe gehabt haben, wie du sagst. Hallo, Jäger. Aldo, wie geht's dir? Hm, schon viel besser, dank der Medizin. Gut, dass wir Jiran haben. Ohne ihn wären wir schon ziemlich aufgeschmissen. Und was gibt es so Neues im Lager? Eigentlich ist alles beim Alten. Aber mir kommt es so vor, als wäre die Garde ein wenig strenger geworden. Spannungen liegen in der Luft. Ich weiß nicht, was los ist, aber es ist bestimmt nichts Gutes. Kannst du dir einen Reim darauf machen? Vielleicht gibt es ja einen neuen Dieb. Was weiß ich. Letztens haben sie Quentin erwischt, wie er sich an Rays Sachen zu schaffen machte. Möglicherweise ist das jetzt Rays Art, damit umzugehen. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn das wieder vorbei ist. Quentin, mein Bester. Na, was verschlägt dich hier nach draußen? Ich wurde erwischt. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder hier draußen bewähren. Mann, hast du ein Pech. Man lebt. Aber du wurdest komplett rausgeschmissen, oder? Hat man dich etwa auch erwischt? Ja, wahrscheinlich. Wie auch immer. Wenn du Dietrich hier brauchst, dann weißt du ja jetzt, wo du mich findest. Du willst die Sache nicht an den Nagel hängen? Na, hör mal. Du kennst mich. Meine Gelde verlässt sich doch auf mich. Sicher. Kann ich noch ein paar Dietriche haben? Ich kaufe mir wirklich alle, glaube ich. Weil das war so doof, dass ich keine hatte. Hey, Bandit. Na, alles klar bei dir? Dass du dich hier nochmal blicken lässt. Die Gardisten wollen dich am liebsten tot sehen. Mach dich lieber vom Acker. Das weiß ich. Aber, solange sie mich nicht erwischen? Wie du meinst, ich kann den Rauswurf ohnehin nicht ganz nachvollziehen. Hast doch jedem hier ein bisschen unter die Arme gegriffen. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich vorübergehend ins Dorf herziehen. Solange bis hier wieder Klarheit herrscht. Klarheit? Na ja, wirst du mir ja nicht erzählen. Bei Bedarf kann ich dir ja ein paar Sachen anbieten. Bin sozusagen der Händler hier vor dem Lager. Wieso wusste ich davon noch nichts? Du hast mich gefragt. Hm. Zeig mir, was du zu bieten hast. Und die hat auch nochmal Dietriche. Ich habe ja erstmal welche gekauft. Kannst du mir auch Ware der anderen Händler beschaffen? Das nicht. Aber ich schlage dir einen Deal vor. Von was für einem Deal reden wir hier? Für eine kleine Provision, schließlich ist das Konkurrenz, könnte ich die Händler bitten, vor das Lager zu kommen. An was für eine Provision hast du denn gedacht? Sagen wir, 30 Goldbrocken? Das geht in Ordnung. Ich kann dir also einfach Bescheid geben, wenn ich einen der anderen Händler vor dem Lager treffen will? Ja, genau so sieht's aus. Aber vergiss nicht, ich bin auch noch da. Triff dich mit ihnen am besten da vorne am Lagerfeuer, sonst erwischen dich die Wachen noch. Und das wollen wir ja nicht. Bring mir Skinny. Alles klar. Hast du die 30 Goldbrocken? Ja, hier sind sie. Gut, warte hier. Ich sag ihm eben Bescheid. Ja, das ist ganz cool gemacht. Viele schöne Ideen, die hier eingeflossen sind. So merkwürdig, dass er da schon kommt. Gib mir etwas von deinem Eintopf. Das hättest du wohl gern. Wenn Raymond herausfindet, dass ich dir etwas von meinem Eintopf gegeben habe. Verschwinde. Ich will nicht mit dir gesehen werden. Dieses Seltner Park kann das ruhig mal helfen. Hey, alter Drückeberger. Du drückst dich auch vor der Arbeit. Hab ich recht? Ich brauche einen gammligen Bogen. So wie den hier. Und sonst brauche ich eigentlich nichts. Hab ich noch Wertsachen, die ich dir verkaufen kann? Verkallen und so. Horn eines Drachensnappers. Ja, Haut eines Reptils, das bräuchte ich ja eigentlich. An die Sumpfhaihaut bräuchte ich eigentlich, ne? Aber Ich will mir diese Rüstung eh nicht machen. Damit kann ich Mana regenerieren. Die können weg. Ich glaube, das verkaufe ich alles. Musste ich nicht noch irgendwas lesen auch? Zeitspalt, ne? Zeitspalt. Ein Zauber, den ich gerade erst entdeckt habe. Durch ihn wird die eigene Zeit verschnellert und die Zeit der Umstehenden verlangsamt. Dieser Effekt ist besonders stark, wenn man so viel Zauberkraft besitzt wie ich. Wie viel mehr Zeit ich dadurch in meine Studien investieren könnte. Aber wofür könnte dieser Zauber sonst noch gut sein? Ich schätze, dass unsere Jäger ihn nutzen könnten, um mehr Zeit zum Zielen zu haben. Vielleicht kann ich damit endlich einen von ihnen für Magie begeistern. Schön. Wir holen jetzt die anderen Jäger, äh Jägerhändler auch mal her. Hey Georg! Bring mir Patty. Alles klar. Hast du die 30 Goldbrocken? Hier hast du sie. Gut, warte hier. Ich sag ihm eben Bescheid. Da kommt er schon. Den angerufen. Mein Lehrmeister sagt immer, hast du den Bogen oben, wird man dich loben. Wieso leitest du... Hallo, lauter Tim. Willst du meinen neuen Song hören? Weil ich der Kumpel... Kumpel zu... Hey, Bandit. Hey. Was steht an? Ah, kriege ich dich also doch nochmal zu Gesicht? Dein Rauswurf hat schon die Runde gemacht. Viele können Rays Entscheidung nicht verstehen. Du hast so viel in dem Lager geholfen. Hast du dich mit ihm gestritten oder so? Tja, kann man so sagen. Dann bist du wahrscheinlich auch selbst schuld. Aber einen deswegen rauszuwerfen, ist auch nicht die feine Art. Wir sind hier unter Banditen. Was erwartest du? Hey, das war jetzt unter der Gürtellinie mein Freundchen. Aber was soll's. Passiert ist passiert. Vielleicht legt sich das ja wieder. Ich denke, so einfach ist das nicht. Tja, wie du meinst. So, Patty. Und ich hab mich noch gewundert, dass du nicht mehr in meiner Taverne aufgetaucht bist. Rausgeworfen haben sie dich also. Irgendwelche Gerüchte, die ich über dich verbreiten soll? Lass gut sein. Ich bin nur hier, um zu handeln. Wie du wünschst. Was hast du anzubieten? Wollen wir mal gucken, was er so hat. Du kannst auf jeden Fall meine ganzen Notizen haben. Und sonst? Tja, ich hätte ja eigentlich gerne bei diesem einen Alchemist noch diesen Trank gekauft. Mit dem einen Mana, aber kann ich wohl nicht. Den anderen hole ich jetzt auch noch der ganze Zeit halber. Einfach, damit wir auch mit dem mal reden. Da ist er doch schon. Wir können auch Spaß deshalb gleich mal mit Manni reden. Oh, das machen wir sogar jetzt einmal. Gucken, was dann passiert. Achso, die greifen mich einfach ran. Das war's für dich, Junge. Tatsache! Du bist es wirklich. Natürlich bin ich es wirklich. Was hat dich daran zweifeln lassen? Ganz schön mutig von dir, dich hier aufzuhalten. Und dann auch noch krumme Geschäfte mit diesem Georg machen. Oh, so bin ich. Ich hab dich als Schwächling kennengelernt. Scheinst dich geändert zu haben. Wie du meinst. Kannst du mir deine Waffen verkaufen? Ansonsten hätte ich mir den Weg sparen können. Was willst du? Zeig mir deine Waffen. So krasse Waffen hat der ja gar nicht, ne? Da hab ich ja schon bessere gefunden. Hat der nicht immer betont, dass er die besten Waffen hat? Naja. Das willst du lieber gar nicht wissen. Sei gegrüßt, Wassermagier. Hey, Finn. Na, die gute Sumpfluft genießen? Oder was machst du sonst hier draußen? Das ist eine sehr gute Frage. Nachdem mich Ray befördert hat, hat er Johnny, Ivan und mich auf eine Sondermission geschickt. Was ist das für eine Mission? Das kannst du besser Johnny fragen. Er hat das Sagen. Ist auf jeden Fall eine ziemlich sinnlose Aktion, wenn du mich fragst. Aber zumindest sind wir die Ersten, die was von dem Fleisch abbekommen. Könnte mich dran gewöhnen. Und allemal besser als das, was ich jetzt unter Hector machen dürfte. Was macht Hector denn gerade? Du warst es doch, der ihm mit dieser Höhlensache geholfen hat, oder? Er ist mit zwei Männern losgezogen, um die Erzvorkommen freizuschirfen. Ein Glück, dass Ray andere Pläne mit uns hatte. Du kannst ihm ja mal einen Besuch abstatten. Dann freut er sich vielleicht. Will ich machen. Ungewohnt dich mal vor dem Lager anzutreffen. Ach, du bist's. Hab von deinem Rauswurf gehört, weiß aber keiner, warum. Hm, was hast du denn angestellt? Also, das war so. Sag's besser nicht. Vielleicht will ich's auch gar nicht wissen. Ich weiß, dass du in Ordnung bist. Das ist nett von dir. Habe auch nichts anderes von dir erwartet. Du hast gefragt, was ich hier vom Lager mache. Ivan, Finn und ich sollen das eingeborenen Dorf im Auge behalten. Spezialauftrag von Ray höchstpersönlich. Wieso sollt ihr das Dorf im Auge behalten? Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, worauf wir achten sollen. Ich hab den Befehl von unserem Käpt'n und der hat ihn von Ray. Shrike könnte mir jedenfalls auch keine Antwort auf diese Frage geben. Hm, sehr seltsam, wenn du mich fragst. Aber ich vertraue Ray. Er hat uns bisher immer richtig geführt. Sonst wäre unser Lager schon längst vor die Hunde gegangen. Hm. Okay. Können wir das auch Asaro berichten? Heute versuche ich, alles besser zu machen. Auf ich. Nee, das nur mir soll, dass er es mit Absicht macht. Ha. Hat sich Kyle also doch keinen Scherz mit mir erlaubt. Solange du mir keinen Grund lieferst, dich zu verpfeifen, weil du dich hier aufhältst, werde ich das auch nicht tun. Verstanden. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Mach keinen Ärger, ja. Niemals. Ja, dann besuchen wir vielleicht doch diese Höhle. Wahrscheinlich hätte ich auch vorher schon hingehen können. Aber ist ja auch nicht schlimm. Dann laufen wir da jetzt nochmal hin. Ein Bogen. Oh, mir fehlt das Feingefühl. Scheiße. Ja, wieso habe ich denn? Ach so. Malus wegen der Dings. Ja, dann muss ich die Rüstung einmal ausziehen. Und die anziehen, wenn ich dann den Bogen benutze. Dann müsste das ja gehen, ne? Ja. Tja, wo ist ein Schattenläufer? Gut, ist da oben in der Höhle auch einer. Oder steht hier noch irgendwas? Okay. 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 Schauen wir mal, wenn wir hier noch den Todeshauch einhauchen können. Ist niemand. Die Gegner sind hier keine. Ja, da oben sind sie. Das ist zwar ein Hindernis, aber kein Grund einfach aufzugeben. Siehst du diese zwei Saufköpfe da vorne? Tö, die sind doch für irgendetwas gut. Wenn die beiden so weitermachen, dann ist der Weg in einigen Tagen schon frei. Das ist zwar nicht so schnell, als wenn meine eigenen Jungs das machen würden, aber denen hat Raymond schon eine andere Aufgabe zugeteilt. Manchmal kann dieser elitäre Ex-Soldat ein ganz schöner Arsch sein. Aber das bleibt unter uns. Hörst du? Na dann, viel Erfolg. Hey, nicht so voreilig. Solltest du mir nicht eigentlich helfen? Wobei soll ich dir helfen? Siehst du diese kleine Höhle vor uns? Da haben wir eigentlich unser Nachtlager. Jetzt haben sich da aber gerade ein paar ziemlich miese Viecher breit gemacht. Kannst du die erledigen, bevor sie unsere ganzen Vorräte auffressen? Du kannst das nicht? Bist du nicht ein besserer Kämpfer als ich? Das steht natürlich ganz außer Frage. Aber wenn ich mich hier wegbewege, wer schützt dann die beiden Saufköpfe? Oh, also... Dachte ich mir. Und? Schaffst du das? Wird schon schief gehen. Gut, dann frohes Schlachten. Darf ich stören? Was macht das Hacken? Das ist fast so wie eine Schatzsuche. Bloß das will ich auf Kreuze herumhacken. Soll auf Stein. Man kann sich wohl alles schönreden. Na? Na, wie sieht's aus? Ich spüre meine Arme nicht mehr. Tch. Okay. Einen Skelettkrieger brauche ich eigentlich nicht. Snapper. Oh, hier sind ganz schön viele Snapper. Vielleicht brauche ich doch einen Skelettkrieger. Äh. Hm. So, mein Freund. Immer in Nahkampf, ne? Kämpfe so, wie du es für richtig hältst. Ach, weißt du was? Wir machen das jetzt einfach folgendermaßen. Okay, ich hätte Scott nicht gebraucht. Und ich kann Scott nicht verletzen. Das ist doch schön. Ja, das war doch easy. Oh, shit. Keine Mane. What? Ja, ich würde mal gerne wissen, ob Scott, ähm, von dem anderen angegriffen wird. Können wir den mal auch testen. Und? Eure Höhle ist sauber. Gut gemacht. Jungs, wir machen erstmal ne Pause. Hm. Goal. Viel Spaß noch im Jenseits. Oder wo auch immer du herkommst. Danke für deine Dienste, Scott. Okay. Wir machen ne Pause, Jungs. Aber der eine hackt trotzdem weiter. Na? Es geht nichts über Brandix rum. Prost! Ja, ich dachte schon. Ich bin immer noch stärker als du. Hehehe. Okay, Hector's Axt. Hat der so viele Dings? Was ist jetzt eigentlich, wenn ich den verprügle? Hector's Axt ist ja gar nicht so krass. Meine Notfalls hab ich ja noch vergessen zu zaubern, ne? Hallo, Hector. Ja, das juckt den gar nicht. Ja, dann könnte ich ja auch alle verprügeln eigentlich, oder? Was ist passiert mit mir? Hahahaha. Winter, Schwert, Spitzhacke, Schwerer Axt, okay. Ja, wenn dir das nicht interessiert, dann kann ich dir auch alle getrost schrumpfen. Warum denn nicht? Die Reaktionen sind auf jeden Fall sehr witzig. Mann. Mann. Also die normalen Zauber, die bringen auch nicht um. Das einzige, was umbringt, ist Geister der Arme. Das darf ich dann nicht so leichtfertig benutzen gegen Leute, die ich gar nicht töten will. Ich meine, so kann ich mir dann auch noch ein paar Goldstücke besorgen. Warum wollt ihr ja eh ein bisschen böse spielen und was ist böser, als alle Leute zu verdreschen? Sie zu töten natürlich, aber das wollen wir ja nicht. Vorerst. Du bist auch nicht böse, oder? Nö, das juckt die gar nicht. Na gut. Ist doch schön. So. Ich mach mal das weg und teleportier mich mal hier hin. Ich speichere mal vor. Da sind bestimmt wieder 100 Millionen Viecher. Hä? Oh doch. So, hier könnte man sterben. Oh, der war stark. Der war recht stark. So, da ist noch ein Hai. Ich bin schon lange kein Level-Up mehr gewesen. Und ich denke mir so, also langsam könnte man eigentlich wieder ein Level-Up sein, ne? Und so viele Viecher schon wieder umgehauen. Oh shit, was ist denn da vorne los? Alter, da ist ein Riesen-Baum-Golem. Okay, vielleicht sollte ich da nicht so einfach hinspazieren. Baumgeist. Hey, der eine kommt ja da hinten. Komisch, ne? Meistens treffe ich ja nicht, wenn ich so weit weg bin. Aber hier, in dem Fall, habe ich jetzt doch getroffen. Und da ist auch mein verdientes Level-Up schon. So. Ich werde jetzt einen Mana-Punkt lernen. Äh, nur noch 10 Mana bis Stufe 4? Neue Fähigkeit. Da lernt Mana-Schild. Kann ich die nachgucken? Mana-Schild. Tasten, Kürze, STG plus 1, linke Maustaste plus 1. Okay, Mana-Schild kann aktiviert, deaktiviert werden. Wenn eine Robe ausgerüstet ist und ein Zauber gezückt ist. Ist der Mana-Schild aktiv, so wird die Hälfte des erlittenen Schadens von ihm absorbiert. Jeder absorbierte Schadenspunkt kostet einen Mana-Punkt. Ist das Mana aufgebraucht, wird der Mana-Schild automatisch beendet. Diese Fähigkeit kann beispielsweise nützlich sein, um einen Zauber mit einer längeren Vorbereitungszeit erfolgreich zu wirken oder um im Nahkampf mehr auszuhalten. Ah ja. Okay, das ist jetzt mein Mana-Schild. Cool, cool. Bin immer wieder erstaunt, was sie sich hier alles haben einfallen lassen. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Amen.